Musik Es ist ein sehr befreiendes Gefühl tatsächlich und es ist auch so, wenn man einen anstrengenden Tag hat in der Schule oder was auch immer, wenn man dann einfach den Kopf ausschalten kann. Musik Ich denke, das liegt eher daran, dass wir keine guten Trainingsmöglichkeiten in Brandenburg insgesamt haben. Wir merken sofort in dem Moment, wo man Kinder dafür begeistert, es bleiben viele auch wirklich lange dabei. Sie lernen ganz viel, die Kinder, von sozialer Kompetenz bis zu Durchsetzungsvermögen. Und deswegen würden wir uns wünschen, wenn hier im Norden von Berlin, ist vielleicht die Kommunen, Kreis, Stadt, vielleicht auch ein Unternehmen uns dabei helfen würde, eine Bahn zu bauen. Musik Speedstaking